Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Ich habe in meiner Beziehung gerade diese oder jene Situation. Gibt es dazu bei euch auch eine Podcast-Folge? Uns erreichen immer wieder Zuschriften, die nach Folgen zu bestimmten Themen fragen. Und durch diese Fragen ist uns aufgefallen, dass die Titel unserer einzelnen Folgen zwar mein Wortakrobatenherz höher schlagen lassen, aber ein Außenstehender leider nicht sofort erkennen kann, worum es in dieser Folge eigentlich genau geht. Zugegeben, das ist ziemlich dumm, wenn ich mit dem Podcast möglichst vielen Menschen helfen will. Also habe ich mich jetzt mal hingesetzt und bin zumindest schon mal einen Teil unserer alten Folgen durchgegangen und habe sie für dich etwas überarbeitet. Sie haben einen neuen Titel und eine genaue Beschreibung bekommen, damit du sofort weißt, was dich erwartet. Daraus ist jetzt unser Summer Special entstanden. Für diese Aktion habe ich aus den ersten 100 Podcast-Folgen die ausgesucht, die wir als die mit dem meisten Mehrwert für dich und deine Beziehung erachten. Über die nächsten Wochen, sprich die Zeit, in der die meisten in irgendeiner Form Sommerferien und oder Sommerurlaub haben, bekommst du also ordentlich aufbereitete, aber bereits gebrauchte, nichtsdestotrotz sehr aktuelle Podcast-Folgen für deine Partnerschaft. Und Achtung, am Ende nicht zu früh abschalten, denn nach jeder Folge erzähle ich dir schon mal ein bisschen davon, welches Thema dich in der nächsten Folge erwartet. Am besten ist natürlich, du abonnierst unseren Podcast auf dem Kanal deiner Wahl, dann verpasst du absolut nichts mehr und bekommst immer aktuell neue Impulse für deine Beziehung. Wir werden immer und überall und dauernd manipuliert. Ist eigentlich ganz schrecklich, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Also du kriegst in der Werbung ständig irgendwelche Dinge vor die Nase gehalten, von denen du dann glaubst, dass sie genau so sein müssten. Oder es verspricht dir in der Werbung jemand solche Dinge wie 10 Tipps, wie du deinen Ex zurückbekommst oder einen Ratgeber dafür, wie du jede Frau rumkriegst oder jeden Mann, Datingportale, die irgendwie einen komischen doppelten Boden haben oder einfach nur verzögerte WhatsApp-Nachrichten, um dich rar und interessant und begehrlich zu machen. Dafür gibt es heute schon richtige Begriffe in der Dating-Community, die heißen dann Gaslighting oder Lovebombing oder solche Geschichten, warum das ganz, ganz, ganz furchtbar ist und was du tun kannst, was wir da schon so erlebt haben und warum es überhaupt keinen Sinn macht, Spielchen zu spielen. Davon erzählen wir dir heute. Hallo. Hi. Wir sind's wieder. Andrea und? Dietmar. Von? Wir müssen reden. Denn? Wir müssen reden. Okay. Wir müssen wirklich reden. Definitiv. Yes. Geht schon damit los, ne? Damit geht's immer los. Okay. Immer das Gleiche. Und ja, was haben wir dieses Mal mitgebracht? Erzähl du mal. Ja, Spielchen. Oh ja, Spielchen spielen. Also ich spiel ja gerne Spielchen mit dir, aber das sind andere Spielchen. Ich glaube, von dem haben wir es heute nicht. Nein. Wir haben heute das Thema Spielchen mitgebracht, weil es uns immer wieder begegnet in der Paarberatung oder auch in unseren Trainings, Coachings, in Workshops. Im Privaten. Ja, im Privaten. Ja. Genau. Wie jemand anders mit jemand anderem. Meistens sind es, ja, unterschiedliche Geschlechter. Also wie die Frau mit dem Mann spielt oder wie der Mann mit der Frau spielt. Und ja, vielleicht ist dir sowas auch schon mal begegnet. Wir haben vorhin hier gesessen und haben Beispiele dazu uns notiert. Und die Liste ist, glaube ich, endlos. Und angefangen von irgendwelchen Online-Ratgebern, die dir erzählen, wie du jeden Mann rumkriegst. Oder ein anderer Ratgeber, der davon spricht, wie du deine Ex wieder zurückbekommst. Also, wo dir Tipps gegeben werden, wie du begehrlich wirst. Du musst dich rar machen. Du musst dich unbedingt rar machen. Nicht gleich nach dem ersten Telefonat, Date oder sonst irgendwas antworten. Also da gibt es so viele Ratgeber, die genau das empfehlen. Also die genau davon sprechen, Spielchen zu spielen. Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Beispiel. Beispiel, ja, in unserer eigenen Familie. Meine Tochter ist 15 und hat einen sehr, sehr netten jungen Mann kennengelernt, der sich prompt in sie verliebt hat. Mann ist gut, 14. Ein junger Mann, ja, ich sag das jetzt so. 14-jähriger Kerl. Der sich in sie verliebt hat und ja, und dann ging es darum, es sind Ferien bei uns und sie ist jetzt für eine ganze Zeit lang nicht da. Und er wollte sie ganz gerne verabschieden und zum Bahnhof bringen und hat halt immer nachgefragt. Und die Jugend heute, die macht das ja alles ja entweder über Snapchat oder WhatsApp. Und dann gehen da viele Nachrichten hinterher und sie war sich nicht so ganz sicher über ihre Gefühle für ihn. Ob das wirklich so, ja, fühlt sich das so an, Mama? Ich habe gedacht, Schmetterlinge im Bauch fühlen sich anders an. Und ich fühle mich irgendwie gar nicht wohl damit. Und dann gingen diese Nachrichten eine ganze Zeit lang hin und her. Und am Anfang wich sie ihm auch immer noch aus. Also diese Nachrichten, wann genau fährst du mit dem Zug, von welchem Bahnhof fährst du, läufst du hin oder wirst du gebracht? Also solche Dinge und da immer ausweichen, beziehungsweise gar nicht zu antworten. Richtig, genau. Und wir haben dann darüber gesprochen, weil sie auch kam damit, weil sie meinte so, eben diese Schmetterlinge fühlen sich anders an. Und wir haben dann eben zu ihr gesagt, natürlich wäre es jetzt ein leichtes, solange du nicht da bist, ihn mit solchen Nachrichten hinzuhalten. Und zu versuchen, ihn so, naja, eben nicht klar zu sein, nicht auszusprechen, was du wirklich fühlst, wie es dir jetzt gerade wirklich geht, sondern eben dem auszuweichen. Ja, mit dem Ansatz, wenn ich mich jetzt nicht melde oder ihm da nicht drauf antworte, dann wird er schon merken, dass ich nicht so verliebt bin oder dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Also diese Vermutung, die wir da immer reinlegen, dass der andere das doch dann bitte auch merken muss, wie es mir geht. Und vor allem dann von selber reagiert, also dass er dann reagiert, dass er sagt, ich habe so den Eindruck, das scheint ja nicht so wichtig zu sein, dann lassen wir es. Und wir haben dann darüber gesprochen und was sie gemacht hat, was wir beide, Dietmar und ich, sehr, sehr bewundert haben. Sie hat dann wirklich innerhalb von zwei Minuten beschlossen, nee, das geht so nicht. Ich kann jetzt nicht für sechs Wochen weg sein und ihn hier quasi da irgendwie am ausgestreckten Arm verhungern lassen. und hat ihm geschrieben, die beiden haben sich getroffen und wie das ausgegangen ist, das erzählen wir am Ende vom Podcast, weil wir darüber eben auf so viele andere Geschichten gestoßen sind. Diese Online-Angebote oder eben Freunde, Bekannte, die überlegen, wie sie ihre Nachrichten formulieren, wann sie Nachrichten formulieren, ob sie jetzt überhaupt eine Nachricht formulieren und was es bedeuten könnte. Also wirklich aktiv zu sein und den anderen Partner quasi zeigen, dass er ihn mag, dass er begehrt wird und so weiter und so fort. Der reagiert nicht und dann zieht man sich selber wieder zurück und sagt, dann mache ich nichts mehr, ich ziehe mich jetzt auch zurück, dann sieht er mal, wie es mir damit geht. Und es sind teilweise unbewusste Spielchen, aber natürlich auch sehr bewusste Spielchen, die wir alle treiben. Ja, und das findest du auch mit Sicherheit, wenn du auf Online-Börsen gehst, auf diese Dating-Portale gehst. Oder da wird es ja, glaube ich, noch sehr, sehr viel krasser gespielt. Da wird mit falschen Identitäten gespielt, da wird mit falschen Fotos, mit Aussagen und Beschreibungen gespielt und eben auch mit Dingen, die einfach, ja, Spielchen sind, nicht ehrlich sind, nicht offen sind. Und die Frage, die sich uns dann stellt, ist... Genau, ein Hauptpunkt ist, und den mag ich dir wirklich heute stellen, was glaubst du, du da draußen, der gerade jetzt diesen Podcast hörst, was glaubst du, was wirst du ernten oder was erntet derjenige, der das Spielchen spielt? Und ich meine es wirklich ernst, also da mal reinzuspielen. Was glaubst du, was daraus resultiert? Und ich habe eine Antwort drauf, und du sicher auch. Ja, absolut. Und da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, du wirst ernten Spielchen. Das heißt, wenn du mit deinem Gegenüber spielst, ob bewusst oder unbewusst, wirst du Spielchen ernten. Und es ist natürlich die Frage, willst du das? Man sagt, ja, glaub mal, kann man ja auch bewusst machen. Oder, also für was wir beide stehen, für eine wirklich ernsthafte und tiefe Beziehung, da gibt es keine Spielchen. Nein, weil es keinen Sinn macht. Also es macht so überhaupt keinen Sinn, Spielchen zu spielen. Die tun auf lange Sicht einfach nur weh, sie sind nicht ehrlich, es weiß nie jemand, oder Mann weiß, Frau weiß, ich weiß nicht, du weißt nicht, woran bin ich denn eigentlich mit diesem Menschen? Und das, wonach wir uns doch eigentlich alle sehnen und was wir haben wollen, behaupte ich jetzt einfach mal so, ist eine tatsächlich glückliche, tiefgehende, langanhaltende, erfüllende Partnerschaft. Immer wieder erzählen uns die Menschen, dass ich möchte gerne einen Partner, eine Partnerin, mit der ich glücklich sein kann, mit der ich mich reiben kann, mit der ich wachsen kann. Ja, aber was passiert denn, wenn ich, ja, eben nicht offen bin, wenn ich nicht klar bin und solche Spielchen spiele? Und das ist im Endeffekt, weil Dietmar gerade gesagt hat, dieses, was wirst du ernten, wenn du Spielchen spielst? Du wirst Spielchen ernten. Und genau das Gleiche hast du ganz oft in diese Spiegelsituationen, auch dieses, wenn du eine Freundin hast, das kommt jetzt gerade so dazu, du hast eine Freundin und die erzählt dir was über jemand anderen. Und sagt, weißt du, und die und hat da so und so und das finde ich unmöglich und, aber lass das mal hier unter uns bleiben. Ja, was meinst du denn, was passiert, wenn die sich mit ihrer Freundin unterhält? Was meinst du, was du dann bist unter Umständen? Genau die, über die gerade gesprochen wird. Und auch das sind Spielchen, also nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch unter Freunden. Und ich glaube auch, dass das, ich überlege gerade, ob das sehr frauenlastig ist, solche Spielchen zu spielen. Aber ich glaube, in dieser Beziehungsgeschichte und auf diesen Online-Geschichten, vielleicht hat es auch einfach damit was zu tun. Ich glaube, Männer tun das auch, sicher auf eine andere Art und Weise, aber tun das genauso. Also, ich muss jetzt einmal die Männer nicht in Schutz nehmen, sondern die Männer auch in die Front schieben, im Sinne von, die tun das genauso. Sicher auf eine andere Art und Weise. Aber sie tun es. Ja, und die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was willst du denn wirklich? Also, willst du jemanden, der mit dir Spielchen spielt? Wie wertvoll bist du dir selbst, dass du sagst, der darf mit mir Spielchen spielen, die darf mit dir Spielchen spielen? Und es geht wirklich, wirklich in so Kleinigkeiten los mit WhatsApp. Ich kenne Menschen, die das einstellen an ihrem Handy, dass man nicht sieht, wenn sie online sind. Da kannst du natürlich sagen, es ist eine Privatsphäre, es geht keinem an, aber wenn es in eine Beziehung reingeht mit jemand anderem, damit der andere nicht sieht, dass ich online bin. Und da denke ich mir manchmal oft, was ist denn das für ein Thema? Also, wenn es gerade um die Freundin, um die Partnerin geht, dass die ja nicht sieht, dass derjenige online ist, und da denke ich, da hast du schon das erste Thema, da hast du schon das erste Spielchen, anstatt mit deiner Partnerin zu reden, dass du sagst, ja, ich bin manchmal ganz kurz online, weil ich dies oder jenes mache, antworte aber nicht immer gleich und nicht, weil ich die nicht mag, sondern einfach, weil ich nur kurz schaue oder andere Dinge tue oder vielleicht auch wirklich, und es ist vielleicht auch nicht ohne, aber zu sagen, weil mir manchmal andere Dinge wichtiger sind. Das ist jetzt nicht schön für die Partnerin, aber das ist die Wahrheit, die Wahrheit ist es, dass es so ist. Und wenn ich dann anfange, dieses Online-Ding auszuschalten, damit der Partner das nicht sieht, dann verpisst du dich, anstatt zu sagen, hey, mir sind gerade an dem Abend meine Kumpels wichtiger, oder, oder, oder du hast halt wirklich was zu verbergen und spielst deshalb Spülchen. Oder sagst einfach so, und ja, ich will jetzt auch einfach gerade nicht. Also, weil mir das, und dann kann ich wieder in die Klarheit gehen und kann sagen, mir ist das alles zu kompliziert, oder mir ist das jetzt gerade zu viel, oder ich will einfach gerade nicht. Und auch das, so wie du sagst, ist nicht schön, aber es ist wenigstens ehrlich, und das ist die Wahrheit. Und du sagst immer so schön, die Wahrheit ist immer einfach. Ja, und deswegen, was hilft denn? Also, was ist so unser Resümee daraus, was wir empfehlen, wo wir sagen, so kann es gehen, so kann es funktionieren, und so kannst du den Partner, die Partnerin für dich gewinnen und finden, mit der du wirklich eine tolle Beziehung führen kannst. Und ja, natürlich ist das Erste, ehrlich sein, kein Spiel spielen, offen sein, so wie du bist, mit all dem, was da ist, und wichtig auszusprechen, damit sind wir wieder beim Miteinanderreden. Genau, und wie dir Andrea vorher schon gesagt hat, was willst du denn? Und wenn du sagst, ich will nicht eine Beziehung, eine Partnerschaft, ein Gegenüber, der Spielchen mit dir spielt, dann tu es auch nicht, du kannst dir sicher sein, das, wann der andere dir gegenüber das tut, dass du es genauso machst, weil zum Spielen gehören immer... Zwei. Ja, und es ist tatsächlich so einfach. Sei du nicht der Zweite, der damit spielt, sondern steigt aus, und dann mag ich das aufgreifen, was dir Andrea gerade gesagt hat, sei ehrlich, sei klar, und sprich aus, um was es geht, und du wirst sehen, was sich verändert. Genau, wirklich und wahrhaftig. Und um die Geschichte von vorhin fertig zu erzählen, was ist meiner Tochter passiert, als sie dann tatsächlich beschlossen hat, okay, das geht so nicht, ich muss offen sein, ich steige da aus, aus diesem Spiel. Ich warte nicht zwei Wochen, bis sie merkt. Vier Wochen, sechs Wochen, genau, bis sie es von alleine merkt. Ja. Ja, es hat sie getroffen, aber sie hat es tatsächlich ausgesprochen, und sie ist ehrlich gewesen und hat mit ihm geredet, und es kam nicht die Reaktion, vor der sie vielleicht Angst gehabt hat, diese so ein bisschen blöde Kuh, und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, da stand ein junger Kerl, wie du gerade gesagt hast, und hat letztendlich... Mit seinen 14 Jahren. Mit seinen 14 Jahren. Weil ich mit 14 hätte ganz vermutlich, man weiß es ja nicht, anders reagiert. Genau, und dieser junge Mann sagt zu meiner Tochter tatsächlich, dass er ihr dafür dankt, dass sie so ehrlich mit ihm ist, und dass sie ihn nicht am ausgestreckten Arm hat verhungern lassen, und er wünscht ihr, dass sie sich irgendwann so richtig, richtig, richtig verliebt, und der Junge, der sie irgendwann mal bekommt, der kann von Glück sagen, dass er ausgerechnet sie bekommen hat, weil sie so ein wunderbarer Mensch ist. Und er war... Natürlich hat er Liebeskummer, natürlich geht es ihm nicht so gut, aber auch er war ein ganz, ganz ehrlicher und super toller Kerl, dass er das mit seinen 14 Jahren wirklich so nehmen konnte. Und auch deine Tochter hat geweint. Also so dieses... Klar, ein Stück weit aus Erleichterung, aber natürlich auch wo. Oh, ja, was passiert da gerade mit mir? Ja, und das hat auch noch ein bisschen gedauert. Also das war jetzt nicht so schnipp und dann ist alles gut, sondern es hat ein paar Tage gebraucht, auch dem nachzuspüren und da durchzugehen. Und ja, auch da ist es für sie Liebeskummer gewesen. Aber ab und zu haben wir mal Liebeskummer. Nicht nur zwischenmenschlich, sondern in vielen anderen Bereichen, wo du so in Wellen merkst, mir geht es gerade gut, und einen Moment später geht es dir nicht gut. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und unser Fazit für heute ist ganz, ganz einfach. Genau. Spielchen bringt Spielchen. Und Klarheit bringt Klarheit. In diesem Sinne. Sei klar. Bis dann. Mach's gut. Vielleicht hat dich die kleine Geschichte, die wir in unserer letzten Podcast-Folge erzählt haben, aus unserem eigenen Leben, genauso berührt, wie sie mich dieses Mal wieder berührt hat, als ich sie mir nochmal angehört habe, obwohl sie ja schon ein bisschen her ist. Dann freue ich mich über deine Rückmeldungen. Vielleicht hast du auch sowas erlebt. Schick uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns drüber. Alle unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes und natürlich auch den Link zu unserem Online-Kurs, zu unserer Paarberatung und die direkten Telefonnummern, falls du uns einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken möchtest. Jetzt der kurze Ausblick auf die nächste Folge, in der es dann darum geht, warum es so wichtig ist, die Gefühle des Anderen anzukennen. Denn was du fühlst, fühlst gerade nur du. Aber dieses Gefühl ist niemals richtig oder falsch und es steht uns niemals zu, die Gefühle eines Anderen irgendwie abzuschwächen, sie verändern zu wollen, sondern es geht darum, sie anzuerkennen. Und das ist eine der schwierigsten Übungen in einer Beziehung. Aber es ist machbar. Und wie genau das geht, das erzählen wir in der nächsten Folge.